Hallo, da war die Kaffee, es ist kalt. Ja, wir sind hier in London, in Juditown und hier ist auch noch wirklich die Hause. Ja, das ist Juditown Food Store, es gibt hier viele Sachen. Ja, rafelvoll, Schweinedärme, Seefurt. Ja, wir werden sehen, was wir sehen. Jetzt mal sehen wir. Ja, die sind nicht so schön. Nein, nein, nein. Na, nein, nein. Wir sehen uns. Ja, wir sehen uns. die 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 ... ... ... ... ... Ja, es gibt also alles, es gibt See, Japanisch, Thai, Seefurt. Zupen. 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 Ja, wirklich. So, man wird um 8 Uhr abends. Zupen. 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 Und dann kriegt man das hier und wenn das Essen fertig ist, dann klingelt es. Ich habe mir also gebratene Nudeln bestellt, mit Schrimp und meiner Frau gebratene Muscheln. Ja, Live Band spielt hier auf. Kann man schön mal gucken gehen, ist ja richtig groß hier zum Rumlauf. Ja, mal gucken wie lange dauert, bis das hier am Tisch klingelt. Das klingelt dann da, der rappelt und dann ist das Essen fertig. Ja, warten wir mal. Ich habe noch mal bestellt, gebratene Nudeln mit Schrimp und hier ist Muscheln mit Ei. Was das jetzt gekostet hat, das weiß ich gar nicht, weil die haben das abgerufen und ich konnte sie gar nicht sehen von der Karte. Ja. Ich weiß mal die Nudeln schmecken lassen. Mit der Achse, das war ja nicht so besonders. Ja, sag ich mal gut, ich habe gesehen. Ja, das war es dann mal vom Food, Dieter & Foodstore. Und die Haxe war außer nichts. Die Nudeln, die war außer besser. Ja, und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video. Und das für heute entfüßt der ETA Autodontari.